Hallo zusammen! Äh... Guten Tag! Ja, hallo! Ich sagte Tag! Lassen wir die Haarspalte reinha... Heute zeige ich euch, wie man ein Klebeband öffnet. Und wie? Hm... Verfluxes Glöppelbaum! Ooooooh, oh-oh-oh-oh! Ooooooh? Aaaa?! Hu-oh-oh! Wo-wo-oh! Und wie? Ach so! I- ... Bleib stehen! Moria! Du Gommetschwerg! Du Gommetschwerg! Bist ja ganz schön hartnäckig! Um unsere Schatten zurückzubekommen, muss ich erstmal dich an die Wand klatschen, Moria! Du gehst mir nicht durch die Lappen, Freundchen! Wer zuletzt lacht, lacht am besten! Das Schlafmittel blickt hervorragend! Wir suchen uns jetzt ein anderes Plätzchen, um die Traum zu Ende zu führen. Meine Traumbraut! Wir haben ein fettes Problem! Was ist das? Seht mal den Arm! Es gibt keinen Zweifel! Na los, kommt raus! Und zahlt euch, ihr verflixten Strohhutpiraten! Oh nein, will Muffy hier etwa auf seiner eigenen Crew rumtrappeln! Wie sollen wir nur gegen den Kerl ankommen? Der Gegner heißt Raffi! Das ist ja grausam! Der sieht ja schrecklich aus! Nun, er ist eben ein Monster. Das ist doch... Das ist doch... Hey, Lusam! Alles in Ordnung bei euch? Lusam, äh, hat mich da jemand gerufen? Hey, Zorro! Was machst du auf dem Dach? Gut, das Problem vom Knochenmann hat sich also erledigt. Hey, mach gefälligst mal Platz! Warum stellst du dich uns eigentlich in den Weg, Raffi? Angenehm? Was soll denn das heißen? Unter mir?! ... Vielen Dank.